Waren sie um 10 Uhr, waren sie noch dabei und guckten in irgendein Loch, was sie da gegraben hatten und sahen ziemlich ratlos aus. Ist das schon ein paar? Ne, ne, ist schon ein paar, eine Woche her oder anderthalb. Ja, so muss ich auch, dass wir, ich glaube ich, haben sie echt auch dilettante Firmen. Wahrscheinlich die Produkte. Die Produkte sind oder andere engagiert. Weil dieser Stromausfall ist ja auch viel. ... abgerissen am Namen des Gesetzes. Die Polizei steht zu. Wir machen wirklich Leidenschutz. Jetzt kommt der Rest weg, Peter. Normal. Halbe Stunde ist der Bagger hier wiedergekommen. Wir haben dann letzte Woche hier noch mehr geboren. Oklisawa aus dem Hof war ja geboren. Das hat unser Geburt ist erfolgreich und wir haben da noch ein Punkt mit dem Gefangeln gegeben. Deswegen sind wir jetzt in dem Haus. Alles das ist ... ... in dem Hof. ...錄 tant! ...錄 tant! Kaffee Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich habe soeben mit den beiden Ladies von der Abbruchfirma gesprochen, weil ich gesehen habe, dass diese Stuckteile extra hingelegt werden und bewahrt werden. Und das ist dafür ein Stück Abdruck gemacht, um später an dem neuen Haus diese Elemente wieder einbauen zu können. Hier ist der Aufdruck in der Bild. Da sieht man gleich wie ganz jemand anders aus, oder? Hier ist der Aufdruck. 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 Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 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 so weit zerstört worden ist, dass es wirklich nicht mehr zu retten war. Das war nämlich gestern nach dem Einsturz der Mauer überhaupt nicht klar. Und ja, also daraufhin haben die ihre Zustimmung gegeben, dass dann heute abgerissen wird. Hier, da, wo das obere SOS dann ist. Wir finden es nötig, hier mal deutlich zu machen, was in der Pressberichterstattung der ersten Welle am Freitag nicht rauskam. Hier stand an dieser Stelle vor zwei Tagen ein Gründerhaus von 1885. Genau genommen, wenn man sich das jetzt anguckt, war das Haus sogar älter. Das ist 1885 umgebaut worden und um zwei Stockwerke erhöht worden. Das kann man jetzt leider sehen. Und das war eine sehr schöne Passage, die, glaube ich, alle noch kennen. Es hängen jetzt hier schon ein paar Fotos an dem Zaun, wo man sieht, wie das Haus vor zwei Jahren aussah. Das Haus war denkmalgeschützt. Bis vor kurzem, also bis November, lebten Menschen darin. Da war das Zählers Inn, wo sich die tätowierten Männer des Stadtteils in kuschelig verqualmter Atmosphäre getroffen haben. In den letzten Wochen gab es hier heftige Rampen- und Ausschachtungsarbeiten an der Baustelle hier von Köhler und vom Wagen. Die Wohnungen haben also auch noch sechs Häuser weitergezittert. Das weiß ich ganz genau. Und es sind auch schon Risse an anderen Häusern sichtbar, die durch diese Arbeiten verursacht wurden. Direkt neben dem alten Denkmal, Gründerzweithaus, ist an einer Tiefgarageneinfahrt gearbeitet worden. Es gab Ausschachtungsarbeiten und offensichtlich keine genügenden Absicherungen. Also der Fachterminus ist Vernachlässigung der Bausicherungspflicht, wenn ich das genau zusammenkriege. Da ist erstmal die komplette Außenwand des Hauses in die Baugrube gerundet. Bis dahin denkt man, okay, könnte ja vielleicht ein Unfall gewesen sein, könnte Absicht gewesen sein. Das ist alles zu diesem Zeitpunkt auf keinen Fall auszuschließen. Auf jeden Fall gibt es eine Verantwortung, die zusammenhängt mit der Art, wie das Gebäude gesichert wurde, wie die Bauarbeiten drumherum ausgeführt wurden. Es gab so Warnsignale, die die Fachwelt hätten warnen können. So war zum Beispiel der, es gab so Absackungen des GED-Bereichs. Es gibt auch neben der Risse in der Nachbarschaft Gerüchte, dass das Haus schon vorher abgesackt sei. Das Haus war halt sehr, sehr alt. Also das hat man offensichtlich unterschätzt oder nicht so wahrgenommen und vielleicht auch nicht als Wert wahrgenommen, wo man hier in diesen Stadtteil investiert und Neubauwohnungen in großem Stil errichtet, die natürlich mit einer ganz anderen Kaliber hier in den Boden gerammt werden, als das, was man damals gebaut hat. Also das Haus ist eingekracht, dann ging die Geschichte aber weiter. Und zwar gab es dann sehr schnell, das war am Freitag um irgendwann zwischen 8 und 9 Uhr. Man kann auch von Glück sagen, dass keine der Schulkinder erschlagen wurden, die aus dem Bürgersteil zur Schule gegangen sind in die Uhrzeit. Und danach gab es dann hier sehr schnell ein Treffen von Vertretern der Bauaufsicht des Bezirks Mittel, Statiker und Denkmalschutzabteilung. Da gab es dann eine Absprache und die Absprache sah vor, dass das Haus gerettet werden soll, dass da die Mauer wieder hingebaut wird. Man hätte das absichern müssen und es gab eine Erlaubnis, ein paar Stücke runterzunehmen, um den akuten Einsturz zu verhindern. Es gab auch eine Grenze, die man festgelegt hatte, nämlich bis zum alten Treppenhaus, das noch vor der Hälfte des Gebäudes durch das Gebäude durchging. Das Haus hatte ja zwei Hausnummern. Am Abend etwa um 17 Uhr haut Köhler und Fort Wagen eine Pressemitteilung raus, dass das Haus jetzt abgerissen wird. Das ist offensichtlich ohne Information der Denkmalschutzbehörde passiert. Bisher ist nicht rausgeschickt, wer eigentlich diese Abrissgenehmigung erteilt haben soll. Das heißt, der nächste Schritt, um den es hier geht, wäre dann, dass es sich hier um einen illegalen Abriss handelt. Jedenfalls wurde sehr rabiat dann hier unter Steinwerfer liegt, mit einem sehr großen Bagger, großer Hektik gearbeitet. Das alles ist komisch oder zumindest eigenartig, weil dieser Schluss sozusagen das ganze Haus abzuweiten, angeblich etwa um vier Uhr fiel. Nachbarn wurden über den totalen Abriss auch schon recht früh informiert, also zufällig und nebenbei nämlich von Arbeitern, die das vom Balkon aus beobachtet haben. Also es war wohl recht früh klar, man will das ganze Ding abreißen und nicht sichern. Der Grund dahinter ist natürlich sehr einleuchtend. Das Haus war sehr alt und eine Restaurierung wäre ohnehin sehr teuer gewesen. Nachdem jetzt die Seite weggebrochen war, wäre die natürlich unglaublich teuer geworden. Und bei so einem alten Gründerzeithaus, das man dann vielleicht auch nicht dementsprechend schätzt, hat man sich dann wohl was anderes überlegt. Jetzt traß der Bagger sich hier durch. Es gab dann hier viele Bürger, die erst einmal nicht passen konnten, weil wir waren ja auch alle geschockt, konnten uns irgendwie auch nicht vorstellen, dass sowas dann einfach durchgezogen wird, ohne dass das erlaubt ist. Es lief ja auch immer eine Dame von der Baubehörde rum und die machte aber so einen einartigen Eindruck, war irgendwie nicht ansprechbar. Es ist dann irgendwie gelungen, Menschen, Zuständige vom Denkmalschutzamt, die außerhalb der Stadt waren eigentlich die Zuständigen, Freitagnacht ans Telefon zu kriegen, andere hierher zu bekommen und die Abrissarbeiten erst einmal aufzuhalten. Am nächsten Tag gab es dann eine weitere Besprechung frühmorgens und der dann extra angereichte Zuständige musste dann eben sich das Haus angucken und hat gesagt, so, jetzt ist es so weit kaputt gegangen und das ist dann eben erst im Nachgang passiert, das Haus so weit zerstört, dass man tatsächlich nicht mehr beantworten kann, Leute da reinzuschicken, um die kümmerlichen Reste zu schützen und von daraus das dann neu auszubauen. Dabei wollen wir das auf keinen Fall benötigen. Das ist jetzt so ein extrem heftiger Eingriff hier in das Viertel, in die historische Bausubstanz. Es ist genau eins der Häuser gewesen, für die es Zusagen gab, dass alle Leute, die da drin wohnen, zurückziehen können und die gleichen Bedingungen bekommen. Wir hatten also zehn Jahre Mietsicherung in einer modernisierten Wohnung. Damit haben die Investoren Pressearbeit gemacht. Das ist von der Politik sehr stolz, wo sich hergetragen worden. Man muss aber sagen, dass es hier irgendwie auch eigenartige Voraussetzungen gibt, im Moment in der Politik in Hamburg, wie sie abläuft. Wir hatten ja vor gut einem halben Jahr ein Gespräch mit der Senatorin für Stadtentwicklung. Da waren Leute von LOP in Kuh dabei, von den ESSO-Häusern. Wir wollten über diese Themen sprechen. Wir hatten ja hier im Viertel einen Plan gemacht, die sich hier mit dem Bestand vorsichtig umgehen lassen könnte, wie man dann vorsichtig Dinge dazu baut und wie man behutsam sozusagen mit der alten Substanz umgeht und gleichzeitig was Neues da drin passieren lässt. Das wurde damals brüst vom Tisch gewischt. Und das ist so ein bisschen der Stil, in dem hier gearbeitet wird. Es ist halt erst mal vom Genehmigungsverfahren schon mal komisch, dass hier bebaut wird in der Dichte, die es, also Dichte einmal von der Wohnfläche, die entstehen soll, als auch von der Dichte, wie dicht die Häuser aneinander stehen. Das sind alles Ausnahmeregelungen. Also es sind alles Sachen, die außerhalb des Bebauungsplans, Befreiungen vom Bebauungsplan nennt man das, die hier erlaubt worden sind, damit hier ordentlich viele neue Wohnungen entstehen können. Und ausgerechnet, also in der Nähe von fragilen alten Häusern, lässt man so eine hohe Bebauungsdichte zu. Das ist erst mal eine politische Entscheidung. Und die hat einen Preis gekostet, den man jetzt hier sehen kann. Und die führt natürlich auch dazu, wenn man die Investoren bisher von politischer Seite doch sehr stark gehätschert hat, dass die sich möglicherweise ermutigt fühlen, dass sie hier Dinge mal fünfe gerade sein lassen können, wenn es um Häuser geht, die eigentlich alt, schützenswert und fragil sind. So, davon gibt es in Hamburg sehr wenig. Das Haus hatte zwei Weltkriege überlebt, aber eben nicht die Investoren, Küllern vom Wagen und deren Bauarbeiter hier, Bauarbeiten hier. Und ja, wir hatten gestern ein spontanes Treffen mit Leuten aus der Nachbarschaft, die sich dafür interessieren. Und wir sind entschlossen, das nicht dabei zu gelassen. Wir fordern als allererstes, dass hier ein Baustopp stattfindet, dass zweitens dieser Haufen, genauso wie er ist, erstmal liegen bleibt, aus Beweissicherungsgründen, weil es darum geht, wer ist verantwortlich. Es ist außerdem geht es darum, nachzuweisen, wie diese Vorgänge dann mit dieser schnellen Abrissgeschichte zustande kamen. Um ein mögliches Verwischen der Spuren, was hier droht, auszuschalten, muss hier einfach die Baustelle erstmal lahmgelegt werden. Von Investorenseite in der Presseerklärung war zu hören, ja, der Abriss war dann nötig, um hier, weil es sei Gefahr in Verzug. Tatsächlich war die Baustelle genau so abgesichert, wie sie jetzt zu sehen ist. Also sehr weiträumig. Die Polizei war da. Man kann eigentlich nicht sagen, dass direkt von dem Gebäude, wie es dann da angeschlagen und verletzt wird dann, Gefahr ausgegangen ist. Das löst mir ein bisschen Verdacht aus, weil dessen wohl treidende Kraft hinter dem schnellen Abriss wohl ein Statiker, der für Maküler und für Wagen gewesen ist. Und möglicherweise derselbe Mann, der schon vorher bestätigt hat, dass das Haus sicher steht. Das sind alles Ungereimtheiten, die aufgeklärt werden müssen. Ich bitte einerseits hier alle Nachbarinnen und Nachbarn darauf zu achten, dass hier gar nichts mehr bewegt wird. Von der Politik erwarten wir, dass dem Treiben hier Einhalt geboten wird und dass hier schnellstmöglich die Investoren in die Schranken bewiesen werden. Vielen Dank. So ein abgerissenes Haus, das hat man schnell vergessen. Vielleicht war ja auch das Zweck der Übung. Dafür sollten wir sorgen, dass das nicht so schnell passiert.